So, die Susanne ist wieder da, begrüßt euch ganz herzlich. Ich habe euch wieder hoffentlich ein spannendes Thema mitgebracht. Ich habe es genannt, Achtung, Abkoppelung, wenn die Welt plötzlich unwichtig wird. Psychologie aktuell nenne ich es ja immer. Also ich versuche mit euch jetzt wieder auf den Status Quo zu schauen, was geht draußen in unserem Lande oder in der Welt ab. Und ich habe diesmal ausnahmsweise ein Thema gewählt, weil viele gefragt haben, Mensch Susanne, kannst du mal über das Thema etwas halten? Normalerweise behalte ich mir das vor, dass ich selber am Puls der Zeit bleibe oder im Gebet oder durch Eingebungen weiß ich mir ganz genau, was das Thema ist. Aber diese Bitte hat sich auf einen Text bezogen, den ich vor ein paar Tagen auf meine Social Media Kanäle gestellt habe. Und ich lese euch dann auch ganz kurz vor. Und da sind wieder unzählige Kommentare eingeflattert, ja, hunderte auf den verschiedenen Kanälen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, dann müssen wir da auch noch ein bisschen was zurechtschneidern über das Thema. Ich lese euch erst mal den Text vor. Ja, es wird jetzt in dem Video hauptsächlich um Abkoppelung in dem Sinne gehen, dass ich die Feststellung gemacht habe, oder das habe ich ja viel auch in meinen psychologischen Beratungen hier oder in den ganzen Business-Coachings oder was ich alles mache, dass die Menschen den Bezug zu dieser Weltensituation, zu der gesellschaftspolitischen Allgemeinsituation immer mehr verlieren. Also eine bestimmte Gruppe, nicht alle, ihr werdet es nachher hören. Viele gehen auch in die kognitive Dissonanz und leben einfach so weiter, schwimmen so weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Aber viele verlieren den Bezug zur Realität. Gut, und dann schauen wir mal, woran das liegen könnte. Also jetzt der Text, den habe ich damals genannt, Verblassungen. Irgendwie verliert man immer mehr das Interesse an Materie, an den Gewohnheiten, dem, was einem früher wichtig war. Man fragt sich, wieso mäht man den blöden Rasen noch? Wieso soll man die Fenster putzen, wenn drei Tage später wieder der Sahara-Staub alles vollpinkelt? Wofür die ganze Bürokratie bei einem Kartenhaus, das schon erheblich wackelt? Wofür Kontakte aufrechterhalten, die null Tiefgang haben? Wofür neue Klamotten kaufen, wenn es doch die alten noch gut tun? Und wofür Dinge verrichten, weil andere dies von einem erwarten? Alles wird irgendwie unwichtig. Und jetzt gilt es herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Und das hat so irgendwie nichts mehr groß mit dem Hier und Jetzt zu tun und der aktuellen Welt. Also das war so der Ursprungstext und dann sind ja massenweise die Kommentare und Mails und alles Mögliche wieder eingedrudelt, aber eins voraus. Also mir kommt es so vor, also ich lese euch dann auch zwei, drei Kommentare von, also stellvertretend dann mal vor, dass die Menschen so das Gefühl haben, wie bei einer Rakete kommt man das fast vor, wo diese einzelnen Stufen jetzt gezündet werden und abkoppeln und wir da vorne in unserer Miniaturkapsel sitzen und düsen hier irgendwo ins Feld all und wissen nicht, wo wir irgendwo dann landen werden. Also so diese Situation. Gut, erster Kommentar, schreibt mich jemand an und sagt, Mensch Susanne, das wäre doch toll, wenn du zu diesem Thema mal ein Sonntagsvideo machen könntest. Da Gewohntes und Erlerntes gerade wegfällt. Es geht, glaube ich, vielen so und man fühlt sich wie ein kleines Kind, das keine Anerkennung, keine Anbindung mehr an die Eltern hat und damit keinerlei Orientierung. Zweiter Kommentar, danke Susanne für deine Worte, denn so weiß ich, dass es nicht nur mir so geht. Ich habe mich die letzten Wochen so oft gefragt, warum ich den früheren Alltag nicht mehr ertrage. Und auch die Dinge und Verhaltensweisen, die früher zu meinem Leben gehörten und einfach, weil ich sie einfach nicht mehr will. So besteht bei mir gerade eine Art Leere, eine Sinnlosigkeit und auch Einsamkeit, die mich fragen lässt, ob vielleicht irgendetwas mit mir nicht in Ordnung ist. Das haben übrigens viele in den Kommentaren so geschrieben und die waren dann auch happy, wo sie dann gesehen haben, das sind Jahrhunderte, die so ähnlich denken wie ich. Also sie sind dann so aus dem Feld rausgegangen, ich habe irgendwo eine Dachstuhlgrümmung und mit mir ist irgendwas verkehrt. So, dritter Kommentar, alles fühlt sich so unecht an, wie wenn diese Welt gar nicht mehr zu einem gehört. Ich habe mich als hochsensitiver Mensch eh schon immer vom anderen Sternen gefühlt. Also das kennt ihr ja auch, dieses Gefühl als hochsensibler Mensch oder in der Esoterik würde man sagen Indigo-Mensch oder Kristallkind oder sowas. Wir haben uns immer irgendwie als eine Bauserie gefühlt, die irgendwie nicht so ganz auf die Erde gehört. So, jetzt geht es weiter. Aber jetzt fühlt es sich an, wie wenn die Menschen, die Familie, der Beruf und was man sonst so gemacht hat, nicht mehr zu einem gehört. Nichts ist mehr wichtig. Man zieht sich zurück. Man bleibt für sich. So, und ein letzter kleiner Kommentar, weil das hat mich auch so ein bisschen berührt. Da hat eine Dame beschrieben von ihrem Mann, der sehr schwer krank war und was sie da erlebt hat. Sie hat gesagt, jetzt geht es um das absolut Wesentliche. Mein Mann war auf Intensivstation. Er hatte eine Gehirnblutung und war halbseitig gelähmt und konnte kaum mehr sprechen. Ich habe ihm Dinge erzählt, was ich meinte, dass für ihn wichtig sei. Seine Antwort, Doppelpunkt. Du weißt noch gar nicht, wie wurscht das alles ist. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Also ihr seht, es sind so jetzt ein paar Kommentare rausgegriffen. Also ich finde es immer ganz spannend, was ihr auch immer berichtet, weil es die Themen einfach auch wunderbar abrundet. Aber der Grund in Noah ist wirklich der, dass sich viele Leute einfach wie auf der falschen Insel fühlen, abkoppeln von den Menschen. Ihr habt es gehört, von den Gewohnheiten, von Dingen, die früher wichtig sind, von dem Glauben oder Zuversicht in Autoritäten, in Behörden, in Kultur, in Wissenschaft und so weiter. Und das bricht uns weg. Und vielen von uns kommt ja so ein bisschen die Assoziation der Entrückung. Die taucht ja an vielen Stellen auf. Ich glaube Apokalypse auch, aber auf jeden Fall viel im alten Neuen Testament. Auch im Islam diese Entrückung. Da ist ja, glaube ich, der Mohammed wurde da entrückt. Oder wir haben es auch im Judentum. Oder auch Jesus ist ja im Grunde genommen diese Himmelfahrtszene. Dieses Bild der Himmelfahrt ist ja auch eine Art Entrückungszustand. Und das ist das, ja, wo man fast sagen könnte, da steuert es hin. Also Entrückung ist ja im Grunde genommen eine, ein Wegbeamen, wenn man so will, ja, in eine andere, in eine geistige andere Welt. Elysium haben die Griechen da früher, früher hat er so gesagt, ja. Und das kann erreicht werden durch mystische Begegnungen, durch eine Vision, durch Träume, durch den Tod natürlich auch. Das ist auch ein Nadelöhr in eine andere Sphäre, ja. Und eben auch durch Trance zum Beispiel. Das wird ja auch versucht zum Beispiel, wenn Leute irgendwelche synthetischen oder komischen Drogen zu sich nehmen und wollen dann irgendwelche spirituellen Erlebnisse dadurch erreichen. So, jetzt können wir sagen, oh, das fühlt sich noch gar nicht, das fühlt sich nicht so knusprig an, weil da wissen wir ja nicht, wo wir landen. Aber wir müssen auch ein bisschen weg von der Angst, weil ich glaube einfach, dass es ein natürlicher Vorgang ist, der gerade vonstatten geht. Weißt du, wie in der Natur auch, wir haben ja, schau mal, wir haben Häutungen, ne, bei den Reptilien, bei den Schlangen. Das sage ich auch nicht, ja, diese arme Schlange nippelt jetzt ab, bloß weil sie jetzt das alte System verliert. Oder der arme Hirsch geht ja auch jetzt nicht in die ewigen Jagdgründe ein, bloß weil er jetzt sein Sechs- oder Achtänder verliert. Er kriegt ja ein neues System. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Wir gehen momentan viel zu viel oder zu schnell in die Angst, weil wir ja schon auf Angst fast konditioniert sind. Sondern wir müssen ja auch das Geschehen so beobachten, dass das vielleicht ein Vorgang ist in einem neuen Zyklus, der noch größer, noch weiter und noch, ja, intelligenter will ich nicht sagen, aber noch fortgeschrittener ist. Also mir kommt es so vor, wie wenn wir aus einem alten Korsett aussteigen, aus dem alten Hemd aussteigen, wenn wir so wollen, und der Geist der Materie entsteigt. Ich meine, dass das für uns natürlich jetzt nicht immer die tollste Nummer ist und wir ja nicht wissen, wohin der Weg führt, weil wir uns das auch gar nicht vorstellen können, dann ist es klar, dass wir da erst mal ins Bippern kommen oder unsicher werden oder sagen, oh, das kann ja auch ganz, ganz dumm ausgehen. Aber ich bin mir sicher, dass das ein evolutionärer Fortschritt sein wird. Ich sage auch immer, wenn ich jetzt hier so Sitzungen mache mit den Menschen, dann sage ich auch, guck mal, das ist ja auch wie in deinem Leuchtturm, wenn du da die Kringel jetzt hochläufst, ja, in deinen Kurven. Irgendwann, wenn du dann aus deinem Leuchtturmfenster oben rausguckst, dann ist die Welt ja auch anders. Du verlässt die Materie, du verlässt all das, was dir bekannt war und guckst von oben runter und sagst, oh, ist aber ganz, ganz anders. Die Dinge aus der Perspektive sind verändert. Ich kann damit mit dem Unten fast nichts mehr anfangen. Ja, da gibt es doch dieses uralt Lied, vielleicht werden es viele gar nicht von euch kennen, vom Reinhard May, wie hießen das, über den Wolken, glaube ich, ja, wo es dann heißt, die Welt kann da oben grenzenlos sein und da unten wird alles nicht dick und klein. Und das ist genau dieser Prozess, der bei vielen von uns stattfindet. Also habt da mal nicht so Angst vor, es ist ein kollektiver Prozess, also zumindest was die Hochsensitiv-Liga angeht. Die anderen, die werden sich dann noch ein bisschen durchs Knusperhäuschen durchbeißen wollen, durchs Hexenhäuschen und sich dann noch amüsieren. Aber ich glaube vielen, die doch da auch die Dinge hinterfragen oder auch den Konsum, die Strukturen, die Systeme, die merken, dass sie ja irgendwo da jetzt auch abheben oder loslassen wollen. Also wie so eine Vorstufe, ja, wie wenn man als Rakete weiß, jetzt zünden wir gleich und dann wird da irgendein Vehikel da hinten abgestoßen. So, jetzt habe ich ein bisschen eure ganzen Kommentare sortiert. Es war viel Arbeit, diese ganzen hunderten von Dinger, da alle akribisch durchzulesen. Und ich habe euch da jetzt mal fünf Gruppen herauskristallisiert, woran es die Menschen festmachen, dass sie den Bezug zum Hier und Jetzt oder zu dieser Welt verlieren. Ja, die erste Gruppe, also fünf habe ich glaube ich hier, genau. Die erste Gruppe sagt, die Welt verändert sich. Ja, also die wird uns fremd. Man passt nicht mehr hier richtig rein. Wobei ich dir ja schon vorhin gesagt habe, die Hochsensiblen oder die da so ein bisschen andere Bauserie sind, die haben schon oft auch seit der Kindheit gespürt, dass sie nicht ganz hier als Modul reinpassen. Aber dieses Gefühl, dass die Welt sich verändert und man passt da hier nicht mehr hin, verstärkt sich in einem gigantischen Maße gerade. So, die zweite Gruppe, die hat sehr viel erzählt darüber, dass sie erschrocken sind über die Veränderung, also dass es keine Werte mehr gibt, dass es keine Ethik mehr gibt. Sie haben angesprochen die Oberflächlichkeit der Menschen. Sie fühlen sich nicht mehr getragen oder sie fühlen andere Menschen als nicht mehr verlässlich. Ja, das wird oft benannt. Aber was auch oft benannt wird, diese Verrohung, also das sich wegentwickeln in eine Grobkörnigkeit oder auch in Aggression und Gewalt. Also da, das ist für viele auch ein Grund, wo sie sagen, ich möchte mit dieser Geschichte nicht mehr viel in Zukunft zu tun haben. So, ja, und übrigens als Beispiel, das kennt es, dieses Abkoppeln spürt ihr ja auch an so Sachen wie, wenn du merkst, der Job ist dir über, ja, du kannst es nicht mehr, du kannst es nicht mehr abfedern. Ich habe jetzt gestern, wann war es vorgestern, eine Dame auch gehabt, die aus der Hochfinanz ist, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, weil sie da hat einen hohen Posten. Und sie hat gesagt, wenn sie sich das so anschaut, ja, sie möchte einfach nur noch raus. Ja, und sie überlegt gerade, wie sie jetzt da sich hier rausbewegen kann und wo sie Alternativen beruflich findet. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja nicht nur den Job, wir sind teilweise abgestoßen von all den Dingen, die uns umringen, durch die ganze Verfilzung, die wir erleben, in den Behörden, im Schulsystem, im Kultursystem, also sagen wir die, sagen wir doch mal die Struktur, wo nicht der Wurm gerade nagt. Ich habe mal diese beknackte, wie heißt denn diese Sendung da, diese Musik, Eurovision-Ding habe ich mal im Schnelldurchlauf mal durchgemacht, ja, einfach mal so analytisch mal gucken, was läuft da. Ich meine, da musst du doch blind mit Krückstock sein, wenn du nicht diese ganzen hochdämonischen, ich möchte das andere S-Wort gar nicht benutzen, hochdämonischen Symbole siehst, ja, diese Zeremonien, die hier angedeutet werden, diese, das ganze Ding ist doch schon durchseucht, das kann mir doch keiner mehr sagen, dass das noch eine normale Musikszenerie ist oder ein normaler Musikwettbewerb, ja. Also, okay, aber sonst lege ich mich wieder künstlich auf, also, machen wir mal sachlich weiter, so. Dritter Punkt, was ich viele, was viele von euch gesagt haben, dass die Menschen sich verändern, ja, jetzt könnte man da auch wieder diskutieren, ja, warum verändern sie sich denn? Ist das jetzt diese chemische Beglückung der letzten paar Jahre, ist es deswegen, ist es die Technik, die uns da frequenzmäßig oder vom Himmel, die man uns angedeihen lässt, ja, sind es die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, die keine Lebensmittel mehr sind? Also, ich denke, dass viele, viele Dinge hier mit rein spielen, wo du merkst, die Menschen verändern sich komplett. Und dieses Bepulsen mit Angst, ja, dieser Panik und dass die Leute überhaupt keine Luft mehr kriegen zum Verschnaufen, ja, das hat ja auch damit zu tun, dass eine psychische Veränderung stattfindet. Entweder sie stumpfen ab, das siehst du ja, ich möchte das, naja, Zombie-Wort eigentlich gar nicht benutzen. Sie stumpfen ab, sie reagieren nicht mehr wie früher. Viele gehen in die Agro, du musst ja schon aufpassen, dass du nicht bei Leuten aneckst. Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich Sachen eingekauft, die gute Frau tippt mir für irgendwelche Kohlrabis 5 Euro pro Stück da ein. Da habe ich gesagt, gute Frau, 10 Kohlrabis, 50 Euro ist ja doch ein bisschen viel. Und dann hat sie da hinter ihrer Kasse, hat sie da Zigarettenmännchen, Happy-Männchen gespielt und hat mich noch angeblögt, ja, das kann doch mal passieren und wie, dass ich doch nicht batzig werden soll, ja. Also, da musste ich mich auch wieder mal zurückhalten, weil die Schlange war groß und hat die Susanne sich wieder ein bisschen angelegt und hat wieder gesagt, Mensch, sie haben hier den falschen Job gewählt. Aber ich will nur andeuten, dass die Leute eben auch sehr stark mit kurzem Zünder unterwegs sind. Und womit wir halt auch sehr stark rechnen müssen, die Leute koppeln auch psychisch so ab, indem sie verdrängen, habe ich ja noch und nöcher Videos gemacht, auch über Verdrängungsmechanismen. Sie gehen in die kognitive Dissonanz. Ich bin mir auch ganz sicher, dass viele psychische Störungen auf diesem Boden der Angst gerade genährt werden. Ob du jetzt psychotische schizoide Zustände nimmst oder auch, also es gibt den großen Verdacht hin, dass sogar früher Alzheimer-Erkrankungen, Demenzerkrankungen etwas mit dem psychischen Zustand vorher zu tun hatten. Also, wenn die Leute überlastet sind, ja, ist ja klar, dann sucht die Psyche dir ein Ventil und haut in eine andere Welt ab, baut sich eine Doppelwelt, baut sich eine Blase außenrum oder legt dich nur noch ins Bett, in die Debrie-Nummer und sagt, da gehst du jetzt nicht mehr raus, weil das da draußen, das nervt dich einfach nur noch, ja. Also diese veränderten Menschen werden oft benannt und wo die Leute sagen, ich lasse da los, weil es zieht mich massiv nach unten. Vierte Gruppe, das ist so eine Gruppe gewesen, wie kann ich die benennen? Die haben sehr desillusioniert gewirkt. Das sind so die, vor allem die aus der Alternativszene, die sehr große Hoffnung drauf gebaut haben, dass die Leute aufwachen, dass sie mehr hinterfragen, dass sie die Puzzlesteine zusammenschieben können auf eine Art und da passiert aber nichts. Ja, da wacht keiner mehr auf und die Leute sind jetzt wirklich desillusioniert. Sie sind, sie resignieren, sie sind traurig. Sie sagen, okay, von der Hoffnung, dass hier die Menschen gemeinschaftlich zusammenstehen, können wir uns lösen. Also da ist schon auch Resignation spürbar und dass sie loslassen, abkoppeln, weil sie sagen, es hat eh keinen Sinn mehr, da draußen rumzulaufen und die Leute aufklären zu wollen. Naja, und die letzte Gruppe, das ist so die Gruppe, die einfach, ja, die sagt, es ist ein unerklärliches Phänomen. Also sie fühlen, für die fühlt sich das so an, wie wenn die Struktur oder alles, was eben getragen hat, sich auflöst, ja, und sie das Gefühl von Sinnlosigkeit kriegen, so wie, weißt du, hinter der Nebelwand, es geht mich alles nichts mehr an. Also ich entferne mich psychisch, physisch aus der Welt und ich sehe die nur noch aus der Entfernung. Was es für ein Phänomen ist, komm, ich weiß es auch nicht. Ich war auch noch nicht bei den 144.000 dabei aus der Apokalypse, die dann irgendwo entschwebt sind. Also wir müssen uns da überraschen lassen, was da auf uns zukommen wird. Ich habe dann überlegt, ja, was ist das für ein Zustand? Ja, da sind mir zwei so Bilder gekommen. Der erste Zustand, der ist so, weißt du, das ist so das Zwischenstadium, das du hast, wenn du dich zum Beispiel trennst. Also wenn du zum Beispiel so, wenn du eine Trennung hinter dir hast oder eine Familie sich auflöst, dann kennst du ja den Zustand, wo man weiß, dass man sich trennen muss, aber die Trennung oder die Scheidung noch nicht vollzogen ist. Und du mit diesen Menschen oder mit diesem Partner dann noch zusammenlebst und ihr habt euch verloren. Da ist kein Kontakt mehr. Man kann miteinander nichts mehr anfangen oder auch die Rede versiegt zwischen euch. Und dieser komische Zwischenzustand, wo man langsam schon abkoppelt, aber noch nicht getrennt ist, das ist diese Phase, die jetzt gerade stattfindet. Oder anderes Beispiel. Also jetzt da keine Angst kriegen, aber ich habe hier eine sehr starke Parallele gesehen. Ich habe ja vor vielen Jahren auch Hospizausbildungen gemacht und war viel bei Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Und da hast du das auch, wo dann quasi die Menschen immer mehr den Aufmerksamkeitsbereich verengen und mit dieser Welt abschließen. Also wo immer weniger wichtig ist. Ihr erinnert euch, die Dame vorhin mit dem Mann aus der Intensivstation, sie hat es ja auch gesagt oder erwähnt. Du weißt noch gar nicht, wie viel Wurscht ist oder so. Ähnlich hat er sich doch ausgedrückt. Und in dem Sterbeprozess, in dem Abkopplungsprozess, bevor der Sterbende durch sein Nadelöhr in die andere Welt schlupft, wird alles immer unwichtiger, 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 bis zuletzt auch die Allerliebsten. Also wer ja jemand schon mal begleitet hat in den Tod oder ins Versterben, der weiß, irgendwann sind auch die allernächsten Angehörigen nicht mehr wichtig. Und er geht da in seinen Kanal friedlich rein und es ist nur noch eher wichtig. Und oft schlupfen dann die Versterbenden in dem Moment durchs Nadelöhr durch, wenn jemand aus dem Raum gegangen ist oder wenn die Angehörigen weg waren, wo er ganz für sich allein sein konnte und dann letztlich abkoppeln konnte. Und das hat so ein bisschen die Verwandtschaft mit dem momentanen Zustand. Wobei ich nicht, also bitte vorsichtig sein, nicht mehr jetzt interpretieren wollen, oh, die Susanne redet jetzt davon, wir sterben alle, wir gehen jetzt in den Tod. Nein, das meine ich nicht. Das ist eine Metapher. Ja, das ist eine Metapher, dass wir in einen anderen Zustand gehen, der durch eine Verengung führt und einen Abkopplungsprozess nach sich zieht. Ja? Gut. Dann bin ich weiter in das Thema reingegangen und habe gesagt, okay, wenn die Menschen mir das jetzt alles so erzählen, in so vielen Variationen, was sind denn dann die drei Hauptfragen, die wahrscheinlich auf uns zukommen oder bei den meisten Menschen auf sie zukommen werden? Vielleicht findest du dich in einer der Fragen auch. Lass das mal ein bisschen sacken jetzt. Die erste Frage war dann für mich, wenn doch im Außen alles jetzt sich auflöst, die Struktur, alles, was dir wichtig war, die Menschen, die Gewohnheiten, alles, was dich gestützt hat. In diesem Auflösungsprozess stellt man ja sich vielleicht die Frage, naja, das kommt doch immer näher, immer näher, vielleicht löse ich mich auch auf, vielleicht muss ich sterben, vielleicht, ja, so könnt ihr euch noch erinnern an das Beispiel mit dem Apfel, mit dem Kernchen, wo ich gesagt habe, das rottet von außen nach innen und stell dir vor, du bist Apfelkern vom Beruf, guckst aus deinem Apfelhäuschenfenster raus und siehst, wie alles dir entgegenfault und sich auflöst, könnte man ja vielleicht schon mal auf die Idee kommen, dass man als Apfelkern demnächst dann auch dran ist, ja. Also die erste Frage, löse ich mich in diesem Vorgang auch mit auf? Verschwinde ich? Sterbe ich? Ja, merkte die Frage mal. Die zweite Frage oder vielleicht auch die Angst, die entstehen kann, wenn diese Auflösung der Welt um mich herum so vonstatten geht, verliere ich meine Liebsten? Verliere ich meine Eltern? Verliere ich meine Kinder? Verliere ich meinen Liebespartner? Ja? Hauen die alle ab? Bin ich dann vielleicht irgendwann ganz allein? Bleibe ich da zurück? Und die dritte Frage, wenn mich doch hier nichts mehr hält, also diese Koordinaten, diese Strukturen wegbrechen, gebe ich dann irgendwann auf? Also wenn doch meine Kraft nicht mehr da ist, mein Wertesystem nicht mehr da ist und der Sinn vielleicht auch damit nicht mehr da ist, ja, gebe ich dann einfach auf, weil ich sage, wofür denn? Das hat doch keinen Zweck mehr, hat doch keinen Sinn mehr. Und auf diese drei Fragen möchte ich dir ein paar Ideen geben, die uns abfedern können, weil wenn wir uns nur an diesen Fragen aufhalten, ich sage es euch Leute, dann kriegt man Panik, dann kriegt man Ängste. Also erste Frage, was war die? Wenn im Außen sich das auflöst, löse ich mich auch auf. Und da bin ich auf die Idee gekommen, nee, du kannst dich, also du kannst dich ja gar nicht ganz auflösen, weil jede Struktur hat innen einen Kern, ja? Wir haben eine Seele, die Zelle hat einen Zellkern, der Pfirsich hat auch seinen Kern, es hat alles irgendwo einen Kern, ja? Und jeder von uns hat einen bestimmten Bewusstseinskern, der nicht eingeschrottet werden kann. Also ich bin mir ganz sicher, dass der weitergereicht wird und dieser Vollnisprozess im Außen ist wichtig, um den neuen Prozess einzuleiten, also um das Neue entstehen lassen zu können. Die zweite Frage, erinnert euch, verliere ich vielleicht meine Liebsten, ja? Meine Familie, meine Liebsten. Und da möchte ich die Idee mitgeben, es ist ja ein hochenergetischer Zustand, was gerade passiert. Oder ich habe ja sogar auch gesagt, ein geistiger Krieg, der da, ne? Und auf dieser geistigen Ebene kannst du keinen verlieren. Deine Liebsten, auch wenn du die vielleicht irgendwann mal nicht mehr wieder siehst oder die in die Distanz gehen, sie sind dir verbunden. Es ist wie so, weißt du, bei einem Baum, wo die Zweige jetzt auseinander gehen, da habe ich ja mal irgendwann ein Gedicht drüber gemacht, du bist im Stamm oder in den Wurzeln doch verbunden. Es geht doch gar nicht, dass du mit deiner Familie oder mit deinen Liebsten nicht verbunden sein könntest. Ja, es ist bloß auf einer anderen Ebene. Und manchmal müssen die Äste auseinander gehen, dass du mehr Raum hast, dass du deine Projekte entwickeln kannst oder all das, was jetzt wichtig ist in der neuen Zeit. Ja, und wenn wir uns das vor Augen halten, dann hast du nicht diese Verlustängste. Guck mal, ich bete auch jeden Tag für meine vier Kinder, ja? Auch wenn ich kaum mehr Kontakt habe. Aber ich bete für sie, ich bin mit ihnen in Gedanken verbunden. Ich weiß, dass du als Mama niemals deine Kinder verlierst, ja? Und so kannst du im Gebet oder in Gedanken kannst du, bist du immer verbunden mit deinem Umfeld. So, und zur dritten Frage, ja? Wenn mich doch hier nichts mehr hält, wenn keine Struktur, Kraft oder kein Sinn mehr da ist, gebe ich dann auf? Da möchte ich dir den Impuls geben, dass, wenn du aufgibst, es oft nicht zu unserem Schlechtesten ist. Ich vergleiche das mal mit einer Bootsfahrt. Schau mal, du bist auf einem Fluss, ja? Die Kräfte verlassen dich. Du bist erschöpft. Schmeißt das Ruder in den Hand und sagst, hat doch eh keinen Sinn, ja? Ich gebe auf, ich habe keine Lust mehr zum Kämpfen. So, und dann ist ja diese ulkige Erfahrung, hätte ich fast gesagt, dass in dem Moment, wo du aufgibst, wo du sagst, es gibt jetzt kein Leben mehr, ein zweites System überhaupt die Chance kriegt, sich drüber zu legen, diese göttliche Fügung, diese göttliche Struktur, diese göttlichen Gesetze sich drüberlegen können und dir in dem Moment erst zeigen können, dass dein Bötchen durch die Kurven durch, in aller Gemütlichkeit in deine Heimat transportiert wird, also das Meer finden wird. Also dieses Loslassen, dieses Hinschmeißen oder dieses Aufgeben, viele werden es von euch kennen, in dem Moment, in der dunkelsten Nacht, sagt man ja, kommt das Lichtlein irgendwann daher. Das ist eine, wie soll man sagen, eine Übergabe in eine neue Methodik, in eine neue Gesetzmäßigkeit, die jetzt übernehmen wird. Es ist eine höhere Stufe dieses idiotischen Projektmanagements, das wir da betrieben haben, wo wir immer geglaubt haben, wir wissen alles, wir können alles, wir programmieren alles, unser Wille geschehe. Und was jetzt passiert ist, dass wir in eine göttliche Ordnung auch reinkommen dürfen und dieses Urvertrauen entwickeln dürfen, dass wir nicht untergehen, auch wenn wir das Paddel jetzt mal abgeben oder weil wir nicht mehr können. Ich hoffe, dass es so ein bisschen verständlich ist. Und ich möchte euch drei Merksätze mitgeben, die, glaube ich, sehr, sehr helfen können jetzt in den nächsten Monaten. Der erste Satz, also es bezieht sich jetzt wieder rückwirkend auf diese drei Fragen, der erste Satz, den du merken kannst, ist, ich bin nicht Materie, sondern mein Kern ist ewiges Bewusstsein. Mein Kern ist ewiges Bewusstsein, es kann nicht vergehen. Der zweite Merksatz, ich bin mit meiner Familie, mit meinen Liebsten immer verbunden, auch wenn ich sie nicht sehe, auch wenn wir wie Äste oben auseinandergegangen sind. Ich bin mit meiner Familie energetisch immer verbunden, mit meinen Liebsten, die mir lieb und teuer sind. Und der dritte Merksatz, ich vertraue voll und ganz in die göttlichen Gesetze. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Da gibt es ja diesen wichtigen Satz. Und ich glaube, das kann uns die nächsten Monate, wir wissen ja nicht, wie lange dieser ganze Stoß noch geht, glaube ich, sehr, sehr gut rübertragen. So, jetzt lese ich euch noch mal ein Gedichtchen vor, was ich extra für dieses Thema gemacht habe. Übrigens, wer meine Hilfe braucht, ihr kennt meinen Spruch, mittags kurz anrufen, Termine machen, soweit ich noch zur Verfügung habe. Also meistens sind die Leute, ich sage es so grob, drei bis zehn Stunden oft bei mir, je nach Brocken, was wir wegräumen müssen. Und bitte keine Briefe schreiben, weil ich die nicht beantworten kann. Also da ist null Chance mehr, dass ich das noch aufarbeiten kann. Ich brauche euch wieder zum Däumeln und verschickt bitte die Videos, damit wir unter die Leute kommen. Übrigens, diese blödsinnige Werbung, die inzwischen eingespielt wird, ist nicht von mir. Das machen die Kanäle, da habe ich leider keinen Einfluss mehr drauf. So, jetzt muss ich kurz abtauchen, weil ich habe vor lauter Flatterigkeit gerade meinen ganzen Zettelgramm runtergeschmissen. Jetzt muss ich mein Gedicht erst mal holen. So, jetzt bin ich wieder da. Also alles läuft, ihr seht ja. Man muss halt, man muss improvisieren. Gut, mein Gedichtchen heißt Die Reise. Und ihr werdet gleich sehen, da geht es darum, dass wir eben, ich will nicht sagen abheben, aber, dass wir merken, dass wir ein altes System verlassen und ja, einfach noch nicht wissen, wo es für uns hingehen wird. Die Reise. Ich schau dir ins Gesicht, ich seh dein Lächeln nicht, hör leise deine Worte, sie sind von fremdem Orte, den ich schon lang verlassen, in Worte kann's nicht fassen. Mein Geist, er zieht hinweg, mein Blick aus dem Versteck hinunter auf die Erde, die sich beständig lehrte. Wo werden wir nun leben, die sich im Geiste heben? Wie ist es mir so fremd, was euer Auge noch kennt, wie sucht die Hand zu fassen, was ich muss schmerzlich lassen? Wer mag die Pein empfinden von denen, die jetzt schwinden? Das Alte macht sich fort, sind schon an einem anderen Ort, hinweg sind all die Dinge, die Banden unseres Sinne. Sind wir noch wirklich Leib, wenn Geist sich nun befreit? Es nützt nichts, all das Sinnen, wir dürfen neu beginnen, in Geistes leichten Kleid, frei in Unendlichkeit. Wer mag es heut schon wissen, Wes Segel wir nun hissen, lasst vorwärts uns nun schauen, in göttlich Urvertrauen. In Liebe für Euch, große Umarmung, Eure Susanne Lohrei In Liebe für Eure Sie, Untertitelung des ZDF, 2020